Also es kommen bald wieder Nachrichten, eine Minute noch, da kommt Frau Stichler, nicht mehr Frau Bauer, die so trampelt hat. Alles wird immer so, Pi mal Daumen gemacht, so als Quereinstieg, weil die sind doch so lustig in Ulm. Fahrst du gern Auto, für was muss man Zahnarzt-Helferin überhaupt lernen? Putzen, Frau Dr. David, Schweigepflicht. Kommt die Helferin nochmal hoch? Also, wie gesagt, das brauchen wir ja nicht mehr diskutieren, der Applaus, wie das Ganze war. Du musst gleich eine Therapie mitmachen, bei allem drum dran, und dann wollen die Neurologen auch noch Geld kriegen, wenn sie in der Sendung drin sind, gell? Oder wer redet hier mit? Achso, ich möchte nochmal was Neues in meinem Leben machen, außer Dreck weg, gell? Ach, du gefällst dir aber Teilen dem Rentner so arg, weil ich schäme mich so mit der Frau Igner. Jetzt kann sie ja wieder zeigen, dass sie was gelernt hat. Witwe zum Sein, ein Leben lang, gell? Es ist so lustig, wie sie hereinreden, verstehen sie Spaß? Frau Gelzer, sie brauchen zu mir nicht mehr kommen. Sie haben ja eine Tochter, die noch was Leben vorhat. Und meine Bewerbung nicht annehmen, vielleicht sprechen die Bankautobaten wieder, gell? Viel Spaß wieder, hier ist Frau Stichler. Ja? Verstehen Sie Spaß? Ist schon lange nicht mehr Barbara Schöneberger, ist ja so witzig, gell? Lass Ski, ach Lass Ski, oder Coward Carpentel, oder wie sie alle heißen. Die haben ja ihr Vergnügen. Mitarbeiter von Schleusen und Häpen